Wie jeder Drachenboss verfügt Saffiron über einen Schwanzfeger und Spalten, steht also weder hinter ihm noch vor ihm. Tankt ihn dort, wo er sich zusammensetzt und stellt euch entweder links oder rechts vor ihm schön verteilt auf. Sobald der Kampf beginnt, müsst ihr auch schon mit dem Debuff Frost Aura kämpfen und klarkommen. Er verursacht alle zwei Sekunden 1600 Frostschaden an jedem Raidmitglied. Hinzu kommt während der Bodenphase ein Blizzard, welcher durch den Raid fliegt und aus welchem direkt rausgegangen werden muss. Eine weitere Fähigkeit in der Bodenphase ist der Lebensentzug, welcher auf mehrere Spieler gecastet wird, Schaden über Zeit verursacht und zusätzlich den Boss heilt. Entflucht diesen also instant. Nach 45 Sekunden hebt Saffiron ab und schießt Eisblitze auf mehrere Spieler. Sofern diese nicht an dem Schaden sterben, was zu hoffen ist, werden sie zu Eis. Nach Eisblitz seht ihr in der Mitte des Raumes eine Kugel Richtung Boden schweben. Sobald diese den Boden erreicht, verursacht sie an allen Spielern, welche es nicht geschafft haben, sich hinter den Eisblöcken zu verstecken, gute 190.000 Frostschaden. Ihr seid also instant tot. Schaut, dass ihr also direkt einen nahen Eisblock findet und versteckt euch dahinter. Danach beginnt wieder die Bodenphase für 45 Sekunden. Nachdem Saffiron bei 10% ist, hebt diese nicht mehr ab und ihr müsst euch ums Verstecken keine Sorgen mehr machen.